Mein Name ist Monika Anna Woltilo. Ich bin Schauspielerin und ich habe während dieser Pandemie gelernt, dass man auch mit Maske Emotionen zeigen kann. Ich zeige Ihnen das mal eben kurz. Liebe. Angst. Hass. Wut. Und, wie Sie sehen, wir können so viele Emotionen nur mit unseren Augen ausdrücken. Aber mal ehrlich, wollen wir das überhaupt? Hass und Mut zum Beispiel, das will doch niemand. Es geht uns doch eigentlich nur um diese eine Emotion. Nennen wir sie einfach Emotion. Und diese Emotion, die ist so emotional, die kann man auch mit Maske ausdrücken. Also, bleiben Sie gesund. Und zeigen Sie Emotionen.